Willkommen zurück zu Schönen years Let's Plays und Wolcen. Ja, wir sind bei der dunkelsten Dämmerung unterwegs, hatten jetzt zuletzt die Barriere durchbrochen, die ins Tal der Morgenröter führte, beziehungsweise vom Tal der Morgenröter weiter zum Hort, zum Fort und konnte mit Vale wieder aufstoßen, aber alle von der Morgenröte sind scheinbar getötet worden oder die meisten. Hier in dem Gewölbe haben sich ein paar verschanzt, da will ich gerade rein, weil ich auch noch jemanden brauche, um mir Informationen zu geben, was mit mir los ist, warum ich mich verwandle und keine Ahnung, was hier passiert, damit wir auch den Kataklysum aufhalten können und die Schläfer zurückschlagen können. Und auf der anderen Seite ist Vale, die jetzt aber den Weg von den Untoten und der anderen Bruderschaft mir den Rücken gerade stärkt. Was ist denn das jetzt hier gerade? Ich war hier drin und ich hatte auch schon den Wegpunkt. Was ist hier los? Warum ist mein Wegpunkt nicht mehr da? Ich habe mich doch mit dem Wegpunkt zurück teleportiert. Das ist ja mal doof. Das heißt, ich darf jetzt nochmal den ganzen Weg laufen. Ich brauche einen Sprecher. Die Gegner sind scheinbar auch noch nicht resettet worden. Hm, komisch. Sehr merkwürdig. So, ansonsten haben wir am Ende der letzten Folge alle Fähigkeiten, die ich da unten in der Liste habe, auf Level 23 gebracht und mein Phantomkling auf 29. So, aber ich glaube, es war schon ein Gebiet weiter, oder? Ne, ich glaube, es war das Gebiet. Trotzdem nervig, dass ich das jetzt nochmal laufen muss. Such die verbleibenden Brüder. Ja, da war ich doch schon. Übrigens, äh. Ich mache mal was anderes. Den, da nehme ich mal mit. Und rüste ihn aus, weil Willenskraft brauche ich ja nicht. Also kriege ich Wut dazu. Und wie macht das? 350. Hm, es leuchtet aber. Ist aktiv. Wart aber nicht als aktiv angezeigt. Komisch. Ah, das habe ich irgendwo in dem Stream gesehen. Hier gab es auch einen Bug. Dass dieses Ton nicht aufging. Aber es geht auf, sehr gut. Ich bin nicht von diesem Bug getroffen. Wo ist er? Was ist er? Freund oder Foe? Lass ihn durch und klipp die Verdammung! Du hast den Mann gehört. Nichts, ich bin hier, um zu helfen. Wir haben uns vorbekommen. Du bist der Schadowall, nicht? Ja, es wurde brechiert. Ich komme, um dich rauszukommen. Valeria ist da, um dich zu verhindern, von Flüttung der Vault. Das ist unsere Chance, um alle rauszukommen. Los geht's! Das zieht er sofort. Das ist das, was zu mir passiert, um dich zu tun. Ja. Ich bin sicher, dass dein Kopf vollen Fragen. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn die Situation sicher ist. Okay. Was ist der Plan? Wir werden die Dorn Gate öffnen, und wir gehen zurück in die Sonne. Du bist verletzt. Du denkst, dass du... Fokus auf deine Seite. Was ist das? Es ist jetzt oder nicht. Es wird nicht einfach. Während man den Weg nach unten hierhert, mehr von ihnen kommen von den anderen Wings. Sie werden mit einem Freund... Öffne die Tür! Ein mit den Wings! Ein mit den Wings! Geh'n nicht schlafen! Die Seeren ist mit uns! Sie schreien unsere eigenen Brüder gegen uns! Sie sind nur Schnells. Schrauben sie zurück! Das ist nicht möglich. Wir haben es geschafft! Wir haben die Anselm! Jetzt ist es nicht sicher. Hier geht's. Reform die Linie! Bereit! Wo bin ich? Oh oh! Hold the line! Move! Okay. They're flanking us! Was? We can't hold them all! We have to close the gate! Dawn does not hide from darkness! This is our only chance to get out! There is no going back now! Bloody zealot! Your men will die for nothing! And they will do so to defend them! We have to close the gate! As long as one of us remains! Hope is with us! You will see us through! There is too many! My abilities have limits! We shall see about that! You will take what's left of my powers! Kamehameha! Kamehameha! Reveal your true potential ascended! Fight! Like you have never fought before! Use! The momentum! Hold the line! Hold! 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 We... We can't make it! Stand tall, Robber! The darkest nights make our light shine the brightest! We are coming! Stand ready! That can't be done! I can't do that, Robber! I can't do that, Robber! no, bro! Stop! Go! Sie ist zwischen uns. Ah, Anathaea hat unsere Beobachtung gehört. Ascend it! Embrace ihre Lichter! Sieg die Möglichkeit auf ihren Altars! One last stand, with the searing song at our side! One with the light! Okay, also durch das Ding kriege ich Punkte. Ich denke, was ist? Um in dieser Form zu bleiben. Lul! Instant down! Kann mich nicht verwandeln. Und durch das Schild komme ich nicht durch. Ob das ein Brunnen ist, der sich wieder auflädt? Ich muss außer Reichweite von dem bleiben. Der killt mich ja one hand. One shot. Oh! The day is ours! Hope shines bright on us! Rally by the Daungate! We are moving out in full force! Du hast es gut gemacht. Einen letzten Bisschen und wir werden uns aus dem Schraubladen kommen. Ja, gar nicht schneller laufen. Ja, ich hatte ein paar Veränderungen in meinem eigenen. Shut up. Gather around the pyre. Her light shines through it. You're alive? Somewhat. You did well, sister. I know. Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state, and neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you. So what's next? You bring the fight to them. At first, the waters of the Galatha river dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshire down to our walls. But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the cult of the sleeper used the riverbed to go up river, reach Helmshire, and find the origin of this undead tide. Stop whatever is causing this. Find Helmshire. Stop the necromancers. Brother. Come back in one piece. Don't worry. I'm coming back either way. Victoria is all zombified. But I'm coming clever, boy. The ghost of Helmshire down. Ob man das clever oder eher makaber nennt. So. Das sind Waffen, Pistole, Schwert. Und wieder kein Deutsch dabei. So, aber jetzt darf ich hier lang. Heiligtümdorfen. sag bloß jetzt kann ich das machen sieht aber nicht als markiert aus ja komisch irgendwie und weg sind sie jedoch nicht hat nur verwunderbar keiner auf der karte zu sehen war und von hier wo geht es da lang nach da 4 weiß wir haben fast ein level ab auch so viel So, wir wollten, habe ich den Punkt dort gesetzt? Der ist doch gesetzt, oder? Ja. Ich wollte hier lang, okay. Status-Effekt Widerstande, Ausweichchschance. Okay. Uh, okay, wer ist das? Lul. Lul. Schau dich an. Ich bin sicher, dass du etwas findest, das deine Lust hat. Ich wollte wieder heile Schaden. Lebensdiebstahl, Unterstützung 1 bräuchte ich dafür. Ah, jetzt sind aber wieder alle da. Dann noch die Kiste wieder raus. Die bleibt geöffnet. Ah, die bereits getöteten Gegner. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich brauche mehr Kraft. Ich brauche mehr Kraft. Ich brauche mehr Kraft. nicht. So, zweiter Versuch hier hinten. Alter, One-Hit? Ernsthaft? Ich bin sicher. 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 Alter, schon wieder. Ich habe gerade einen Trank gedruckt. Das heißt, ich war rammelvoll. Und da sind schon wieder neue. Krass. Krass. Und ich hatte ihn fast. Bitte, schau mal an. Ich bin sicher, dass du etwas findest, das dein Schmerz anbelangt. Da bin ich wohl gerade erst mal. Vielleicht soll ich da einfach auch noch nicht hin. Aber bisher konnte ich alles machen. Aber egal, vielleicht mache ich jetzt hier auch erst mal einen Break. Bis zur nächsten Folge.